Willkommen. Wir werden uns hier eine interessante Aufgabe anschauen, die bei einer Aufnahmeprüfung an der Uni Cambridge angeboten wurde. Also, um was geht es hier eigentlich? Von vornherein ist uns gesagt, dass x² plus y² das gleiche ergibt wie –2x-1 und anhand dieser Tatsache sollen wir x²69 plus y²96 ausrechnen. Um ehrlich zu sein, war mein erster Lösungsversuch bei dieser Aufgabe nicht sehr erfolgreich. Also, das hat mich nicht gleich zu Lösungen geführt. Allerdings hat mir geholfen, die richtige Lösung zu erkennen. Ja, manchmal muss man auch falsche Ansätze wählen, um dann auf die richtige Idee zu kommen. Und auch wenn dieser Ansatz jetzt nicht der richtige war, will ich euch trotzdem diesen Ansatz zeigen, weil das ist sozusagen für diese Art von Aufgaben einer der typischen Ansätze, mit denen man sie lösen könnte. Deshalb ist er auch nicht zu vernachlässigen und es ist nicht verkehrt, wenn ihr schon sowas eigentlich sieht. Also, was wir oben haben, ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Und typischerweise kann man nach einer dieser Unbekannten sozusagen umformen, diese erste Gleichung, und somit diese Unbekannte aus dem zweiten Ausdruck eliminieren. Und genau das habe ich versucht. Also, ich schreibe hier unten nochmal die erste Gleichung hin. Also, man hat hier praktisch bei dieser Gleichung die Wahl, ob man jetzt nach x oder nach y umformt. Allerdings ist es deutlich einfacher, nach der y hoch 2 umzuformen, weil es nur einmal dasteht. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das x hoch 2 auf der anderen Seite gebracht. Und damit hatte ich hier dann y² ist gleich minus x² und dann minus 2x minus 1. Und dann habe ich den unteren Ausdruck genommen und versucht, das y zu eliminieren aus diesem Ausdruck. Für den Anfang habe ich erstmal diesen Ausdruck noch ein bisschen anders dargestellt. So, y hoch 96 kann man auch so hinschreiben als y hoch 2 und das Ganze nochmal hoch 48. Zur Erinnerung, 2 mal 48 ergibt ja 96. Und dann habe ich natürlich hier das y hoch 2 mit dem Ausdruck von oben ersetzt. Also, entsprechend hatte ich dann x hoch 69 plus, Klammer auf, minus x² minus 2x minus 1 und das Ganze dann hoch 48. Gut, das sieht nicht sonderlich gut aus, aber danach ist mir was aufgefallen hier bei dieser Klammer, was schon ein bisschen weiterhilft, auch für unseren zweiten Lösungsansatz. Wenn man aus all dieser drei Terminklammern das Minuszeichen ausklammert, also das heißt, das x hoch 69 übernehme ich und ich kümmere mich jetzt um diese Klammer. Also, alle diese drei Terminklammern haben Minusvorzeichen, das bedeutet, man kann es ja sozusagen ausklammern. Dann hat man nur noch x² plus 2x natürlich, die Vorzeichen drehen sich um und plus 1 und das Ganze dann hoch 48. Das Minus 1, was vor der Klammer steht, wenn ich es hoch 48 nehme, weil 48 eine gerade Hochzahlung geradener Exponenten ist, verschwindet, also wird es so eine 1. Und diese Klammer hier ist ganz besonders. Hier handelt es sich um die sogenannte erste binomische Formel. Und das kann man natürlich auch anhand dieser binomischen Formeln zusammenfassen. Entsprechend hat man dann praktisch x hoch 69 plus, dann Minus 1 existiert nicht mehr, dann haben wir praktisch x plus 1 ins Quadrat, alles hoch 48. Was man jetzt hier noch an dieser Stelle machen kann, ist praktisch diese Klammer rechts aufzulösen. Und dann hätte man diesen Term x plus 1 und dann hoch wieder 96. Naja, das sieht ja wirklich nicht sonderlich gut aus. Ich habe schon gemerkt, dass die Exponente extrem hoch sind und deswegen sich wahrscheinlich dieser Lösungsweg oder Ansatz nicht lohnt. Aber ich dachte mir, vielleicht ergibt sich noch ein glücklicher Zufall und ich komme irgendwie zum Ende. Okay, hat nichts gebracht, allerdings hat mir geholfen, was sehr wichtig ist zu erkennen, was bei der eigentlichen Lösung, die gleich kommt, sehr nützlich ist. Und zwar die Tatsache, dass diese binomische Formel, die wir hier stehen haben oder hier stehen hatten, eigentlich auch hier in den Anfangstermen vorhanden ist. Also, wir stampen uns jetzt nochmal diesen Anfangsterm und bringen die zwei Terme auf der rechten Seite einfach rüber zu dem x Quadrat und y Quadrat. Damit meine ich natürlich einfach plus 2x hier und plus 1. Entsprechend, wenn wir die Terme ordnen, haben wir dann x Quadrat plus 2x plus 1 plus y Quadrat ergibt 0. Und jetzt, das hier, kennen wir bereits, das ist die binomische Formel. Also, x plus 1 ins Quadrat plus y Quadrat ergibt 0. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken über diesen Term machen. Wir haben zwei Quadratzahlen, die 0 ergeben. Das ist ja, tja, nicht so häufig der Fall, weil, egal was wir hier für x einsetzen, also eine positive oder negative Zahl, wenn wir es quadrieren, dann kommt immer was Positives raus. Und genau das Gleiche gilt auch für das y hier. Also, eigentlich, egal welche Zahlen wir außer 0 einsetzen, wird hier immer was Positives rauskommen, damit ist die Gleichung oder werde die Gleichung gar nicht erfüllt. Die einzige Möglichkeit, dass diese Gleichung erfüllt ist, ist die Tatsache, dass diese zwei Terme beide 0 sind. Also, x plus 1 hoch 2 muss 0 sein und y hoch 2 muss 0 sein, sonst kann diese Gleichung einfach mathematisch nicht erfüllt sein. Und das bedeutet, die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel x plus 1, okay, die hoch 2 könnte man auch weglassen, spielt keine Rolle, aber ich nehme sie jetzt noch vorständiger halber mit, gleich 0 setze, dann kicke ich erstmal die hoch 2 weg durch die Wurzel, dann haben wir x plus 1 ist gleich 0 und somit schon eine Lösung für x. x wäre dann minus 1. Auf der rechten Seite oder bei dem rechten Term ist es noch einfacher. Dann nehmen wir das y Quadrat, setzen es gleich 0 und ziehen erneut die Wurzel und damit haben wir y gleich 0. Und das sind die einzigen Lösungen für x und y, die hier existieren können, so dass 0 rauskommt. Na gut, damit können wir auch problemlos jetzt x hoch 69 plus y hoch 96 ausrechnen. Also, wir hätten dann entsprechend, wenn ich oben einsetze, minus 1 hoch 69 plus 0 hoch 96. Tja, minus 1 hoch 69 bleibt minus 1, also der Exponent oder die Hochzahl ist ungerade, deshalb bleibt eine negative 1, also minus 1 und hinten 0 hoch irgendwas ist immer 0. Somit haben wir schon unser Ergebnis. Und das war's. Wenn man das von vornherein gesehen hat mit der binomischen Formel oben, dann hat die Lösung dieser Aufgabe eigentlich nicht länger als eine Minute gedauert. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle, wenn Interesse ähnliche Aufgaben, findet ihr gleich in einer Playlist am Ende dieses Videos. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Nettes Kommentar oder sogar ein Abo, kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren.